Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 7. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1017, heute mit den folgenden Themen. You, Nuance, WWTC21, Special Event, 5G und Huawei Watch 3. Da beginne ich gleich mit dem Schweizer Fentech-Unternehmen, einem der neuesten zumindest. Ein Kompromiss oder ein Zusammenschluss von Swissquote und der Swiss Post, also PostFinance. Also nicht komplett zusammen, sondern für die App sind sie zusammengekommen und haben da eine gemeinsame App gemacht, in der es darum geht zu bezahlen, zu sparen und zu investieren, all das Ganze in einer App. Und die haben es jetzt geschafft und deshalb die kurze News, innerhalb von nur drei Wochen 10.000 Kunden zu generieren. Das ging anscheinend schneller, als sie gedacht haben. Wer das Ganze mal ausprobieren möchte, in den Shownotes auf daily.geektalk.ch findet ihr einen Promocode dazu oder einen Freundschaftscode, wie der so schön heisst. Wer mag, darf das gerne tun. Ich werde im Verlauf dieser Woche einen ausführlichen Testbericht dazu schreiben, wie das Ganze bei mir ausschaut nach einem Monat mit der You-App, wie ich die empfinde und was mir da noch fehlt und was ich toll daran finde. Bis dann ausprobieren, wer noch nicht hat und gerne mal möchte. Dann geht es weiter mit Nuance. Da gab es ja vor, ich glaube, es war im letzten Jahr noch die Neuigkeit. Nee, umgekehrt. Genau, im 2019 gab es eine Kooperation zwischen den beiden Unternehmen, nämlich Microsoft und Nuance. Die wollten da zusammenarbeiten und haben es auch fleissig. Und das Ganze resultierte darin, man hat anscheinend sehr gut harmoniert, dass jetzt eben Microsoft die Übernahme aufgerufen hat. Und jetzt wurde das Ganze anscheinend komplett mit grünem Licht versehen, so dass Microsoft für 16 Milliarden US-Dollar die Firma aufkaufen kann, welche unter anderem in ganz vielen Arztpraxen zu Hause ist und mit der auch damals Siri ins Leben gerufen wurde. Mal schauen, wo das alles hinführt. Man möchte ja, also Microsoft möchte damit ja im Bereich der Gesundheit und eben bei Ärzten und so weiter und Anwälten etc. einen besseren Stand da bekommen und mehr Möglichkeiten abdecken können. Dann gibt es noch kurzfristige Änderungen. Wir wissen ja, am heutigen Montag, dem 7. Juni, ist WWDC-Start. Das heisst, es gibt ein Event heute Abend, 19 Uhr unserer Zeit und somit wird die Woche sicherlich ein bisschen Apple-lastiger, weil das ein oder andere rauskommt rund um das neue Mac OS und das neue TV OS. Neue Möglichkeiten in iOS, in iPad OS etc. Damit möchte ich euch jetzt aber nicht langweilen. Was es neu gibt, ist, wenn ihr den Hashtag WWDC21 nutzt, bekommt ihr neu nicht eine Bubble mit einem Daumen nach oben geboten, sondern eine Comedy-Bubble-Dingsbums, eine Gesprächsblase. Jetzt ist es gegangen mit zwei Ausrufenzeichen drin. Man könnte meinen, dass heute Abend ziemlich was mehr kommt im Bereich von iMessage. Was aber auch noch kommt ist, und somit wissen wir auch, dass das Event nicht länger als bis um 21 Uhr geht. Nämlich um 21 Uhr gibt es ein Folge-Event, den Apple schon angekündigt hat. In Amerika ist es natürlich dann um, ich glaube, 12 Uhr oder so, war es in dem Dreh rum. Ein Special-Event, wo es darum geht, Introducing Spatial Audio. Apple hat ja da einiges vorgestellt in dem Bereich oder angekündigt und da will man jetzt anscheinend noch ein bisschen was mehr nachliefern. Ich bin mal gespannt, was da alles erzählt wird. Dann geht es weiter mit, und wo habe ich es jetzt? Jetzt ist es irgendwie verschwunden. Genau, Gamer sind sehr geliebte Opfer. Das hat zumindest die Sicherheitsforscherfirma Checkpoint herausgefunden. Denn Gamer haben diverse Online-Shops, diverse Bezugsquellen, worüber sie die ganzen neuen Spiele und so weiter sich auf die Maschine klicken. Also nicht nur irgendwie ein globaler App-Store, sondern Epic lässt grüssen. Viele von denen und deshalb da auch überall Kreditkarten hinterlegt etc. Und das nutzen eben Kriminelle aus, denn da sind Gamer anfällig, was das anbelangt, dass sie da viel News-Meldungen etc. bekommen auf Aktionen und vergünstigte Rabatte etc. Und da sind halt dann auch Dinge darunter, die nicht ganz so koscher sind. Ziemlich unschön, wer also viel gamed oder auch generell aus verschiedenen Stores sich Dinge besorgt, immer zwei, dreimal hinschauen und verifizieren, bevor ihr irgendwo zugreift und eure Karten hinterlegt. Weiter geht es mit 5G. Und das geht in der Schweiz anscheinend recht stark vorwärts. Nämlich 1,1 Millionen Menschen in der Schweiz haben schon ein 5G-fähiges Gerät in Betrieb. Das ist natürlich eine schöne Zahl, wenn man bedenkt, dass wir knapp 8 Millionen Einwohner haben. Also ein Achtel der Schweizer hat schon 5G. Egal, ob das ein Smartphone ist oder sogar ein Router zu Hause, wie ich jetzt hier darüber auch einen Podcast aufzeichne oder ins Netz gehe mit einem 5G-Router. Und das sind schon schöne Zahlen. Besitzungen mögen jetzt vielleicht auch behaupten, wo liegt die Spritzenquote bei einem Drittel der Schweizer Bevölkerung? Ach nee, lassen wir das Thema. Auf jeden Fall geht es schneller, als die Einführung damals mit 4G, also LTE gewesen ist, vor knapp 10 Jahren. Und das freut mich, weil da waren wir schon schnell dran. Jetzt bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. 5G for the world. Genau. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Hinweis auf das neueste meiner Videos im Pogipsy Network, dem YouTube-Channel. Da habe ich am Wochenende rausgehauen, das Huawei Watch 3 Unboxing- und Konfigurationsvideo. Wer sich die neue Smartwatch aus dem Hause Huawei mal ein bisschen genauer anschauen möchte im Detail und auch was da alles so mit drin ist, mit Harmony OS etc., wie sich das bedienen lässt, der kann da gerne mal reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr da einen Gruß da lässt, wenn man das so schön sagt, wenn ihr hier vom Podcast gekommen seid. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Pogipsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.